Herzlich Willkommen zum Adventskalender zur Entspannung. Heute bekommst du eine Affirmation, welche dir helfen soll, in deiner Mitte zu bleiben. Egal was um dich herum geschieht. Die Entspannungsübung bringt dich für einen Augenblick in das Hier und Jetzt. Nur der Moment ist wichtig. Das Leben findet genau jetzt statt, in diesem Moment. Einfach atmen und beobachten. Versuche regelmäßig zu üben und nimm dir deine paar Minuten Zeit für dich. So bist du den anderen immer ein Stück voraus in Sachen Entspannung. Genieße jetzt deine persönliche Auszeit. Affirmation des Tages Egal wie heftig die Stürme des Lebens draußen toben, ich bleibe bei mir und in meiner Ruhe. Lege dich entspannt hin oder setze dich bequem auf einen Stuhl. Schließe deine Augen und atme dreimal tief durch. Versuche jetzt einmal deine Gedanken zu beobachten. Woher mögen sie wohl kommen? Wohin mögen sie wohl gehen? Einfach nur beobachten. Nichts konstruieren. Nur zugucken und wahrnehmen. Übrigens auch eine sehr schöne Übung zum Einschlafen. Das war's für heute. Genieße deinen Tag und bleibe fröhlich. Versuche jetzt ein paar Minuten.